Lieber Engel, ich bitte um Segen und Heilung für meinen geliebten Mitmenschen. Bring diesem Menschen die Kraft, die ihn zu Erkenntnis und Wohlbefinden geleitet. Und dann, erschaffe in deinen heilenden Händen ein großes Licht und zeichne in deiner Vorstellung eine Lemniskade, eine heilende, liegende Acht nach. In deinen heilenden Händen vibriert das Licht. Mit einem Lächeln denke dabei an diesen Menschen, den du jetzt stärken möchtest und diesen Heilimpuls schicke nochmals in Gedanken an diesen Menschen, an ihn. Die Energie ist die höchste Form von Intelligenz. Sie weiß, was zu tun ist und findet mit ihren Engeln stets den Weg.